WDR 2 Radio zum Mitnehmen Kabarett Ey, mach mal eben die Tür zu! So, und jetzt mal unter uns. Ich sag ja immer... Der Ball ist rund und die Erde ist ein Dorf. Die Welt passt ins Stadion. Und wer ist der Chef vom Stadion? Ich. Die Null muss stehen. Und bei uns steht die Null aber nicht hinten. Bei uns steht sie ganz oben. Wo man den besten Überblick hat und immer gut gekühlt ist. An der Spitze des Eisbergs. Da steht bei uns die Null. Wiener 1. Frau Dr. Merkel. Und ich find's gut. Und jetzt, wo es plötzlich und unerwartet um unsere Sicherheit geht, wenn wir Frau Dr. Merkel da nicht hätten, dann hätten wir wohl ne andere Person, die da jetzt... Äh, aber guck dir doch mal die Ersatzbank an. Pff, ich bin heilfroh, dass Frau Dr. Merkel den Laden schmeißt, dass die das mit der Reaktorsicherheit bei uns zum Beispiel nicht diesem Rechtsanwalt da überlässt, dem Minister für Strahlenschutz, Dr. Röntgen. Ne, nicht Röntgen. Sag doch mal schnell, wie das Pferde gestüht. Röttgen. Genau. Dr. Röttgen. Juristendoktor. Aber Frau Dr. Merkel hat ja den gültigen Doktor für Atomphysik. Akademie der Wissenschaften. DDR. Dr. Strahlenforschung. Tja, der Frau machst du kein Atomteilchen für ein Puddingplätzchen vor. Die weiß, wie der Kern auf Temperatur gehalten wird. Nicht wie die da in Japan, dass da einfach so ein privater Atombetreiber vor sich hinheizt und die Regierung hat von nix ne Ahnung? Bei uns doch nicht. Frau Dr. Merkel wird doch persönlich den Reaktor fluten. Die weiß doch, wie's geht. Hat sie auch den Jungs da von RWE, E.ON, Wattenfall und so, beim Abendessen damals ganz deutlich gesagt. Atomstrom? Ja. Aber nur unter einer Bedingung. Schön aufpassen. Und das haben die ihr dann auch versprochen. Glaubhaft. Sonst hätte sie das doch sofort gemerkt. Gut. Jetzt will Frau Dr. wegen der Ereignisse doch mal ne Denkpause, also drüber schlafen. Kann man ihr ja nicht verübeln. Sie spaltet da zwischen sich und sich. Sie hat sich ja nicht als Physikerin bei sich eingestellt, sondern als Bundeskanzlerin. Und in der Eigenschaft hat sie nun, ja, sie kennt die katastrophalen Messergebnisse ihrer Partei. Im März wird noch dreimal gewählt und jetzt hat sie dann doch ne Höllenangst vor dem persönlichen Restrisiko. Und da kann sie ja jetzt in der nächsten Halbzeitpause mal ne Viertelstunde drüber nachdenken. Viertelstunde schafft die schon. Glück auf!